Hallo und herzlich willkommen bei Husky Zähmen Leichtgemacht und einem weiteren Unboxing. Das war das Stichwort Gori geht zur Box. Hier ist nämlich auch schon die Box, es ist eine Überraschungsbox. Die Box ist von Zoostore, also zoostore.de und man kann auswählen, ob man die Überraschungsbox gerne für einen Welpen, kleinen Hund oder großen Hund haben möchte. Ich habe mich für die Variante Große Hund entschieden und dann schauen wir jetzt mal, was drin ist. Das erste, was ich hier sehe, ist dieses Hundespielzeug mit einem Kriker. Oh, der war lautgeritten. So sieht das von nahem aus, das ist ein Hund und du darfst das jetzt mal kriegen, Hund. Oh ja, hoffentlich bist du nicht zu laut, Gori, beim Video. Das nächste, was drin ist, ist dieses Kühlhalsband für große Hunde in Größe L. Ich vermute, das wird es dann wahrscheinlich auch für kleine Hunde in kleinerer Größe geben und vielleicht sogar auch in der Welpenbox dabei sein. Das ist perfekt, so etwas hat Gori noch gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert jetzt letzten Sommer. Das heißt, das werde ich diesen Sommer dann mal ausprobieren. Das nächste, was drin ist, ist dieses Spielzeug, was so ein bisschen so aussieht wie ein Autoreifen und sich auch so anfühlt. Es ist anscheinend eine ziemlich dicke, schwere Disc zum Werfen, würde ich jetzt mal vermuten. Also es steht nicht explizit drauf, aber ich denke mal schon, dass es dafür dann gedacht ist für Werfspiele. So, das nächste, was drin ist, ist dieser Clicker dann. Kann man natürlich für Klickertraining gut gebrauchen. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch dann im Video, muss ich nachher schauen. Oh, kaum kriege ich das, ist das hier jetzt interessant. Das ist das nächste Spielzeug, was drin ist, das sieht so aus. Und es hat auch einen Quicker drin, einen kleineren, also einen ganz normalen. Der andere war ja wirklich exorbitant hoch. So, bitteschön. Dann ist noch dieser Ball dabei, aus Tauseilen. Oh, hier, da kann man Leckerlis drin verstecken. Und es hat Knüsteöhrchen. Ich glaube mal, ob es auch gut steht, glaube ich. Aber das reicht ja schon, mit den Twisteröhrchen. Und hier kann man dann was reinstecken. Da ist noch nichts drin, Guri, da musst du noch gar nicht probieren. Das letzte, was dann drin ist, ist das hier. Ich muss selber schauen, was es ist. Ah, natürlich. Eine Kühlmatte. Guri's erste Kühlmatte, denn sowas hatten wir letzten Sommer tatsächlich auch nicht. Und das werde ich diesen Sommer natürlich dann auch probieren. So, das war dann die Überraschungsbox für große Hunde von Zostur. Guri läuft ins Bild und will sich wieder das tolle erste Kuscheltier schnacken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wie fandet ihr den Inhalt dieser Box? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Während Guri diese Box schon zerstört. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ich wieder ein Unboxing mache. Oder generell auf diesem Channel. Und dann bis zum nächsten Mal. Wer will sich sein super guter Spielzeug wiederholen, was ich jetzt gerade mal weggepackt habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.